Nyaaaa! Hi TV! Ich bin's der Bössgut, einer von uns. Es ist wieder mal ein Social Club im Bozillus am 21. November. Tony L, der legendäre Tony L von Adventure Cameron Street. Dann haben wir uns mit dem Ed, also natürlich, nicht verpassen. Ich würde sagen, stelle mal euch meine Crew vor, meine Crew uns. So, let's go! Der erste Diva. So. Darf ich vorstellen, das ist die Diva. Ich kenn sie schon recht lang. Sie ist die Diva, die auch mal der letzte Mann. Doch sie kann auch reinschlafen mit ihrem Sprechgesang. Du willst keinen Beef haben, weil du es nicht überlebst, Mann. Yeah, das ist die Diva, eine von uns. Chris. Yeah, ich bin Diva und ich stelle euch den Chris O' Bossy vor. Das ist der Chris O' Bossy. Ich nennen Lady Lover. Ladies wollen um Chris so nah sein. Wollen mal ein Baby vor. Seine Freestyles sind Bones. Im Wild so fresh und crazy rollen. Der muss immer ne Bones sein, weil der Chris stammt der Leute Gäts im Boden. Yeah, der Chris O' Bossy. Chris O' Bossy von uns. Einer Ferdner. Die grosse Attraktion. Eid also. Es ist der Eid also und der Rhythmusreite Doppelär. Der Eid ist nicht von dem Planeten, mit keinem da ohne Flog wie er. Schreppen fällt dem Sohn nicht schwer für das Singen, hat der Sohnesfläde. Eid wäre schwesterabhängig, wenn es auch an der neuen Drogen wäre. Eid also von uns. Ja, und ich stelle den Bones gut vor. Das ist der Bones gut mit Kurzharno, der Afrofrisur. Er ist ein geradliniger Typ, manchmal fast schon ein bisschen stuhr. Aber im Fin ist verlassen, macht schon viel mit dem gestritten. Er rappt schon seit 13 Jahren. Früher hat der Jusufl geschrieben. In letzter Zeit, es ist der Bones gut und wir sind OUS. OUS! So, checkt's aus am 21. November. Social Club. Im Bozillus heisst der Club, nicht Social Club, der Event heisst Social Club. So, Bozillus ist gerade am HB, beim Karbahnhof. Ihr könnt's gut finden. Das wär's gewesen bei uns.